Dieser schicke und äußerst gepflegte Ford Fiesta mit fünf Türen kann schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 5 Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier finden bequem drei Passagiere Platz. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Fordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fussmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP und Airbags. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein USB-Anschluss und eine Lenkradbedienung. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schwarzen Flitzer Ford Fiesta mit fünf Türen und seiner guten Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Der Wagen ist Ihnen außen in Top-Zustand. Die Inspektion wurde erst kürzlich durchgeführt. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. linguistische Musik Ich bin, glaube ich, Sie schon anrufen. Ich bin. Ich bin. Das Team von Wismar. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020